Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar heute mal was anderes, heute nicht vom Flugplatz, sondern heute noch aus dem Auto, aber später von dem Wasserflugplatz in Plau am See, bzw. vom Campingplatz, der dann als Wasserflugplatz fungiert. Wir sind gerade auf dem Weg dahin, wir haben das Auto beladen, wir haben die E-Flight Carbon Cup dabei auf Schwimmer natürlich. Die Cessna 150T haben wir auch auf Schwimmer gesetzt. Zwei Flieger, die auf dem Flugplatz schon mega viel Spaß machen und ich freue mich total und ich glaube wir beide freuen uns auf die beiden Geräte auch mal auf dem Wasser ausgiebig zu fliegen. So, wir sind in Plau am See angekommen und zwar ist das ein Campingplatz hier, der eigentlich so einen Spielplatz und Badestrand hat. Und der wird halt einmal im Jahr von dem Modellflugverein in Salzwedel genutzt, um hier dieses Wasserflugtreffen zu veranstalten. Unglücklicherweise hat der Wind gerade tierisch aufgefrischt und viele haben jetzt schon abgebaut. Wir werden jetzt am Freitag nochmal eine Proberunde drehen. Wir haben die Cessna dabei, wir haben die Carbon Cup dabei, alle schon aufgebaut. Smart Akkus legen wir jetzt ein und dann drehen wir einfach mal eine Proberunde würde ich sagen. Auf geht's! So, dann gucken wir mal. Tremmung nach vorne nicht vergessen. Du zuerst? Aber jetzt starten. Ja. Langsam, das ist ein Gas reinschieben und guck damit. Ich komme auch. So, da oben ist es voll ruhig. Ja. Bist du vor mir oder hinter mir? Ja, gewöhn dich dran. Das ist ein Eingewöhnungs-Akku. Die Kurve muss man eng rumziehen, glaube ich, wegen dem Wind, sonst wird man in den Baum getrieben. Bist du weg? Geh weg. Ja, okay. Geht gut mit Schwimmern. Geht sogar besser als sonst. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ich bin hoch. Ach, denn da bin genau ich. Okay. Ich lande mal mit halben Klappen. Du kannst hier super langsam reinkommen, Paul. Das ist mega gechillt. So, es ist der nächste Morgen. Ja, wir fahren gerade aus dem Hotel zum See. Gestern Abend war so ein bisschen durchwachsenes Wetter. Also irgendwie, als wir die Anmeldung im Campingplatz durch hatten und am See ankamen, war die Windstelle weg, war der Sonnenschein weg. Und ja, wir hatten einen relativ hohen Seegang gestern Abend. Das konnte man auf den Aufnahmen eben, glaube ich, so ein bisschen sehen. Und ja, es ist jetzt 8.37 Uhr und bis jetzt sehen wir keine große Luftbewegung. Die Sonne scheint und ja, ich glaube, wir freuen uns auf ein richtig, volles, richtig gutes Wasserflug. Okay, los erstens. Okay, los erstens. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen und wir haben uns entschieden, gleich auf dem Parkplatz vorne stehen zu bleiben. Und die zwei Runden mit dem Bollerwagen zu fahren, ist hier wirklich ratsam, wenn man irgendwie ein Transportmittel dabei hat für die Flieger. Aber die Cessna und die Carbon Cup, die gehen relativ gut aufgebaut auf den Schwimmern, stehend auf dem Bollerwagen. Und langsam kommt hier auch richtig Betrieb auf, also wir haben hier, ich drehe mich einmal ganz kurz, damit ihr hier so einen Überblick bekommt. Das ist hier so ein Campingplatz. Heute ist die Badestelle auf dem Campingplatz. Und da wird einmal im Jahr von dem Verein in Salzwedel die Genehmigung für das Wasserfliegen beantragt und hier dürfen sogar Verbrenner geflogen werden. Was ziemlich, ziemlich selten ist, zumindest in Deutschland, dass man die Gelegenheit dazu bekommt. Und wir haben total viele spannende Modelle, wir haben eben schon Rettungseinsatz gesehen. Da hinten kommt gerade, ich gucke mal ganz kurz, ob ihr sehen könnt, da kommt gerade ein Schlauchboot wieder. Aber ich mache mit euch einfach mal einen Rundgang. Hier haben wir eine Piper Fault, kannst du dich mal daneben stellen, dass man die Größe einmal sieht. Genau. Ein ganz kleines Modell. Genau, hier finden wir alles mögliche in Flauermsee. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, hier rauszufahren, dann macht das gerne, weil das Wasserflugtreffen, das bis nächstes Wochenende hier stattfindet. Viele campen hier, viele sind mit ihrem Wohnmobil angekommen und wir machen jetzt einfach mal den Rundgang. Und auch wenn man hier auf den Campingplatz geht, ist es auch total cool, denn in jedem Kofferraum entdeckt man eigentlich noch mehr Wasserflugzeuge. Und hier sind wir so in der hinteren Ecke vom Flugplatz. Und an sich macht man sich hier eine sehr gute Zeit, campt hier eine Woche und hat die Möglichkeit die ganze Zeit hier zu fliegen. Hier auch ein sehr schönes Modell von der BBY Catalina. Das ist ein ziemlich großes Modell. Ich schätze irgendwie was um die vier Meter Spannweite. Und wir hatten eben einen Startversuch vom Wasser, das hätte ich auch noch aufgenommen. Da war eine Hubfahrwerkstür offen. Weswegen sie immer anfing vorne zu tauchen und dann wäre es gleich der Bestandsetzung zu arbeiten. Aber ich denke, das Modell sind wir heute noch an der Luft. Total schön ausgeführt hier mit, ich glaube, zwei Sechziger Seidos. Sternmotoren. Und ein schönes Detail halt auch nochmal hier an der BBY ist die anklappbaren Schlittschwimmer. Also das ist sehr schön ausgeführt hier auch mit den Scaledetails. Das ist echt richtig nett. Und die klappen dann halt im Flug, auch im Original, dann halt hoch und bilden den Tragflächenabschluss hier am Randbogen. Und die Pfeiferschaft ist jetzt hier langsam am Start. Dann gehen wir auch nochmal direkt rufen für die Fahrtkriege. Also hier ist es heute richtig nett. Das ist heute richtig nett. Das ist heute richtig nett. Ich glaube, es ist in der Reihe. Und wir gehen hier einmal nochmal rum. Wir gehen jetzt noch einmal zum Pilotenstandort. Hier sind noch ein paar schöne Wasserflugmodelle gestellt. Der Stuhl daneben sieht auch aus wie unser. Und dann, den kennen wir auch schon. Dann gehen wir mal nach vorne hier. Das wird halber Pilotenmarschieren und gerade los. Hier ist so der Pilotenstandort in dieser Landzunge. Das kann man halt hier so sehen. Und die Piloten stehen vorne und fliegen von vorne. Das ist für Kinder ein bisschen blöd, weil der Busch da vorne die Sicht so ein bisschen versperrt. Aber für alle Ausgewachsenen überhaupt kein Problem. Wird aber auch toll Rücksicht genommen, dass die Piloten alle weiter hinten stehen. Hier noch eine Do 18. Hier noch eine Do 18. Das ist der Mario. Hey Mario, grüß dich. Ich bin gerade für die Tolkien Modellpfleger unterwegs. Ich komme später nochmal zu dir. Die Tolkien sind gegrüßt. Sehr gut. Die Bedingungen sind heute halt einfach traumhaft. Also wir haben spiegelglattes Wasser. Heute Morgen war es auch so ein bisschen gröselig. Aber das hat jetzt komplett nachgelassen. Und jetzt kann hier richtig gut verflogen werden. Da landet gerade der Metanolflieger, der eben angebrochen wurde. Und wir gehen jetzt hinten nochmal durch. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie Bock habt, das ist die Müritzer Seenplatte hier. Blau am See. Und das läuft noch eine ganze Woche. Das heißt, ihr habt Zeit bis einschließlich nächsten Samstag. Am Sonntag ist halt so ein bisschen Abbautag. Da wird am nächsten Sonntag nicht mehr so viel los sein. Morgen, hat man mir vorausgesagt, soll es richtig voll werden. Und ja, es hat sich jetzt seit heute Morgen hier auch schon mächtig gefüllt. Also das ist schon echt cool. Hier haben wir einen M109W Umbau. Das ist eine fiktive Konstruktion der M109. Nachdem man die Spitfire damals auf Schwimmer gesetzt hat als Floatfire, gab es halt ein paar Plastikmodellbauer, die diesen Mythos M109W ins Leben gerufen haben. Und dann habe ich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt. Hier ein sehr schöner IG. Japanisches Wasser. Flugzeug. War heute Morgen schon in der Luft. Fiel richtig gut. Hoffe ich nachher nochmal mit der Videokamera filmen zu können. Und das hat alles mögliche, was ich hier antriffe. Viele Modelle noch gar nicht ganz aufgebaut. Hier haben wir noch eine schöne CV. Gehen wir auch nochmal rein. Auch noch nicht fertig. Da halten wir nochmal die Kamera rein. Kann ich auch die Kamera rein halten? Das ist alles ein bisschen größer hier. Kleiner Elektromotor drin. Sehr sehr cool. Genau, also wer hier fliegen möchte, der kann vorbeikommen. Wichtig ist, dass eure Versicherung auch außerhalb von Modellfluggeländen gültig ist. Und ihr braucht einen gültigen Kenntnisnachweis. Dann kostet das hier einen 10er und dann könnt ihr die ganze Woche fliegen. Und kriegt glaube ich auch noch 10% auf die Parkgebühren hier bei Parkplatz. Auf dem Campingplatz. Also das ist total gastfreundlich gehalten hier. Und das Bild hat Trauma auf das Panorama hier. Ich schenke hier noch einmal. Das ist echt mega. Auf dem Campingplatz. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, unser Samstag im Blau am See neigt sich auf den Ende. Ja, es war ein super Tag. Wir hatten fast absolute Windstille tagsüber. Wir hatten spiegelglättes Wasser. Momentan frischt der Wind ein bisschen auf. Wir haben auch schon wieder ein paar Wellen. Das sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Ja, wir sind super glücklich. Wir sind viel geflogen. Wir haben sogar ein paar alte Bekannte getroffen. Den Mario Bicher haben wir getroffen von der Flugmodell. Und ja, wer wirklich Lust auf Wasserflug hat, der sollte sich das Wasserflugtreffen im Blau am See wirklich merken. Und das Gute ist, das Ganze geht über eine Woche lang. Das heißt, es begann dieses Wochenende. Es läuft die ganze nächste Woche und endet dann am nächsten Sonntag. Und ja, wer einen Camper hat, wer einen Wohnwagen hat, wer ein Wohnmobil hat, der kann sich hier auch einen Stellplatz rechtzeitig reservieren. Und dann hier wirklich eine wunderschöne Zeit verbringen mit Wasserflügern. Und die Gelegenheit nutzen halt auch wirklich viele Piloten, die hier sind. Das heißt, die Stellplätze sind sehr, sehr schnell schon belegt. Und das hört man hier schon von der Verwaltung, vom Campingplatz. Und wir werden jetzt gleich abbauen. Wir werden uns von allen verabschieden und dann uns auf den Heimweg machen. Aber wir kommen nächstes Jahr ganz bestimmt wieder. Von daher, vielen Dank an die Organisatoren. Viel Spaß an alle, die wir so ein bisschen neugierig machen konnten auf die Wasserflugerei. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Gerne liken, gerne kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.